Ja, ich fragte dich ja vor allem, Mensch, wie soll ich dich denn hier vorstellen, welchen Titel willst du haben? Und da sagst du, Gordon, 27, 100 Angestellte, Millionen Umsatz. Ich habe einfach die Vision, ich sag mal, den gesamten Bereich erneuerbare Energien von der Erzeugung, Wärmeerzeugung und Ladeinfrastruktur komplett abzudecken. Du hast ja keine Firma übernommen oder nicht, so hast du es ja eigenständig aufgebaut, du kommst von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin lieber mit meinen Mitarbeitern auch voll auf einem Floh, auch voll im Tagesgeschäft. Du möchtest nicht auf das Alter reduziert werden, aber ich wiederhole es nochmal, du bist 27 Jahre alt. Touristee Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort. Auf eine Tasse Tee mit Gordon Görrissen. Heute soll es bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland um eine Person gehen, die erst 27 Jahre jung ist. Aber wenn man mit ihr spricht, mit dieser Person, hat man das Gefühl, der Kerl ist schon seit 20, 30 Jahren im Business, aber hat in den letzten 6, 7 Jahren richtig was aufgebaut hier in der Region. Und wir wollen diese Person einfach mal kennenlernen. Wir befinden uns hier bei Gordon auf dem Hof, den er in dritter Generation weiter betreibt. Früher war es Landwirtschaft, jetzt auch immer noch ein kleines bisschen, aber jetzt ist der Fokus ein ganz anderer. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dir, Gordon, schnacken zu dürfen. Und ich sage Moin, Gordon. Moin, Tore. Na, wie geht's dir? Läuft. Und dir? Gut, mir geht's auch immer gut. Dir geht's auch immer gut? Du bist fleißig am Strahlen. Du zeigst dein Million-Dollar-Smile. Ah, das lachen wir mal ein bisschen ab, aber... Ja, wir wollen hier bodenständig bleiben. Wir wollen bodenständig bleiben. Wir kommen hier auch, hier sind wir gerade vom Land aus Hörup. Das ist ja hier, nicht Nordfriesland, aber direkt an der Grenze zu Nordfriesland. Und hier sind wir alle ganz auf dem Boden geflogen. Ja, ich fragte dich ja vor allem, Mensch, wie soll ich dich denn hier vorstellen, welchen Titel willst du haben? Da sagtest du, Gordon. Gordon. Ja, ich hab das immer mal wieder zum Beispiel, jetzt gerade, wo wir auch größer werden, aber wir sind ja knapp 100 Leute jetzt, dass ich in manchen Gesprächen sitze ich denn und dann sagen die Leute oder manche Mitarbeiter von mir, ja, die Geschäftsführung ist auch da. Und dann drehe ich mich zu dem um, Alter, es heißt Gordon. Warum ist dir das wichtig? Ich weiß ja, also viele Geschäftsführer wollen ja immer so auf einer anderen Ebene schweben. Aber ich bin lieber mit meinen Mitarbeitern auch voll auf einem Floh, auch voll im Tagesgeschäft und sehe mich mit denen eher auch immer auf gleicher Ebene. Und ich mag das einfach nicht, irgendwie so hervorgehoben zu werden. Vor allem im Zweifel bist du ja auch jünger. Du bist ja auch jünger. Ich bin ja auch noch jünger, das kommen wir auch noch mit dazu. Darf man nicht vergessen, du bist 27 Jahre jung. Man kann auch 27 Jahre alt sagen, aber... Wie fühlst du dich alt oder jung? Ich gehe jetzt auf die 30 zu, dementsprechend geht langsam bergabwärts, aber bisher fühle ich mich super. Du hast eine wirklich imposante, nicht Entwicklung, aber eine imposante Geschichte schon, eine imposante Karriere hinter dir mit 27 Jahren. Du hast mal Landwirtschaft gelernt, also bist Buer. Ich bin Buer, ich kann auch Platz schnacken, überhaupt kein Problem. Und dänisch, dänisch, dann ist Kai Ausnack. Bist du auf eine dänische Schule gegangen, in Leck? Zehn Jahre lang, also erst Schafflohn, sechs Jahre und bin dann die anderen vier Jahre in Leck auf die dänische Schule gegangen. Bist auf einem Bauernhof groß geworden. Deine Eltern haben hier Landwirtschaft gemacht, deine Großeltern haben hier Landwirtschaft betrieben. Genau, mein Opa hat den damals von seiner Tante übernommen oder bekommen. Mit 18 Jahren hat er dann hier damals den Hof gebaut. Hier draußen in Neu-Hörup ist ausgesiedelt und hat ihn hier mit 18 Jahren gebaut und hat immer Jahr für Jahr was angebaut. Und dann kam mein Vater irgendwann dazu und jetzt bin ich da. Jetzt bist du da und hast richtig was vor hier. Nicht nur auf dem Gelände, sondern grundsätzlich im Norden, auf der Welt. Wie du sagst, du hast ja was vor, du hast eine Vision. Was ist dein Ziel, Gordon? Also wo wir damals Görissen-Projekt gegründet haben, das ist ja wirklich so unsere Urfirma. Da kommen wir her, das war unsere erste Firma und ich habe mir damals das Ziel gesetzt, founded to power the world. Also gegründet, um die Welt mit Energie zu versorgen. Damals noch ein bisschen kleiner, mit kleinen PV-Anlagen fürs normale Hausdach. Wir haben klein und bodenständig angefangen und sind wir heute immer noch. Jetzt seid ihr groß und bodenständig. Groß und bodenständig. Und wir haben einfach die Vision, ich sag mal, den gesamten Bereich erneuerbare Energien. Von einem Familienhaus bis hin auch zum großen Solarpark und großen Umspannwerk. Ich sag mal, komplett erneuerbar zu gestalten. Und auch die gesamte Energieversorgung von der Erzeugung, Wärmeerzeugung und Ladeinfrastruktur komplett abzudecken. Das machen wir mit der Görissen-Projektgruppe. Also mit der Görissen-Projekt. Wir haben auch noch eine zusätzliche Gruppe, die beschäftigt sich nur mit PV-Freiland-Anlagen und Wende-Energie-Anlagen. Dann bin ich aber nicht alleine. Aber ich glaube, das ist heute auch ein bisschen zu viel. Das wäre, wir haben ein eigen, wir wollten ein kurzes Vorabgespräch führen und mussten das abbrechen, weil es war so viel Input, es waren so viele Themen, so viele Visionen, die du alle schon hast oder erlebt hast, trotz deines Alters. Und das ist einfach bewundernswert und auch hervorzuheben. Ich weiß, du möchtest nicht auf das Alter reduziert werden, aber ich wiederhole es nochmal. Du bist 27 Jahre alt, du bist Geschäftsführer, du bist Gordon, ja, aber du beschäftigst auch 100 Menschen. Heißt, du bist Familien, du versorgst Familien letztendlich. 100 Stück. Aber das ist mir selber auch immer nicht bewusst, weil ich weiß, hier sind wir so, ich glaube, 80 und dann sind wir in Ville auch nochmal ein paar, knapp 20. Aber die sind halt alle nicht immer hier und ist einem das gar nicht so bewusst. Immer dann, wenn man dann auf die ganze Kostenstruktur guckt, dann sieht man, ach ja, wir sind ja doch so viele. Ja, da stecken wirklich Familien zig, Hunderte hinter, denen du Arbeit verschaffst und du bist der Arbeitgeber von so vielen Menschen, obwohl du noch so jung bist. Du hast mit 20 diese Vision, die Vision hattest du schon mit 9, oder? Mit 9, das habe ich damals meinem Arzt erzählt, wo mein... Weil du zum Arzt geschickt wurdest mit dieser Vision? Ja, nee, ich glaube, ich habe sogar eine Tetanus, das war ja so gegen Rostnägel und so, habe ich eine Tetanus-Impfung gekriegt und dann fragt der Arzt mich, na, was willst du später denn mal werden? Und dann sagt er zu mir, oder sage ich zu ihm, ich will irgendwann mal große Wind- und Solarparks bauen, das will ich machen, da habe ich Bock zu. Und letztens war ich da, hatte ich eine echt harte Mandelentzündung, ich konnte fast gar nicht mehr schlucken und nix und da guckt er mich an und sagt mir, hast du ja geschafft, was du mir damals erzählt hast und das war auch schon so ein gutes Gefühl. Tatsächlich habe ich deinen Namen eben auch schon häufig gehört, aber konnte mit dir als Person, für mich warst du sehr weit weg, nicht greifbar, wer ist das überhaupt? Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mal schnacken können, dass auch die Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer dich einfach mal erleben können, wer du bist. Und dann, ich werde das Alter jetzt nicht noch einmal, einmal noch, 27, 100 Angestellte, Millionen Umsatz. Ich weiß, wir wollen nicht über Zahlen sprechen, aber das ist einfach gewaltig. Mit neun Jahren die Vision gehabt, das aufzubauen, was du jetzt hast. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass du das schon erreichen konntest? Ich meine, du hast ja keine Firma übernommen oder nicht, so hast du es ja eigenständig aufgebaut, du kommst von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Was ist in dieser Zeit, lass uns mal einen Zeitspann gehen, zwischen neun und 20 Jahren in deinem Leben passiert? Also auf der einen Seite, also die, die mich kennen, gerade auch so enge Freunde, die mich auch noch ganz von früher kennen, die haben immer eins im Kopf. Gordon hat immer super hart gearbeitet. Egal was es war, ob Landwirtschaft oder jetzt erneuerbare Energien. Ich habe immer von morgens um sechs bis mindestens abends um acht, teilweise zehn, elf gearbeitet. Erzähl mal die Story mit der Spritze nachts um eins, danach ins Tor. Ja, genau. Als Beispiel mal. Genau, also da, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich gerade 18. Das war letztes Ausbildungsjahr 2017. Ja, genau, 2017. Und da habe ich tagsüber den ganzen Tag gearbeitet und dann musste ich abends Mais spritzen. Tagsüber war noch zu viel Wind und deshalb wurde abends dann gespritzt. Da habe ich so von sechs Uhr abends bis ein Uhr nachts gespritzt, aber es war Samstag und wir wollten ja noch ins Töv. Natürlich. Logo. Wie alt war ich da? Keine Ahnung, 18, 19, irgendwie so. Und das wollten wir uns ja auch nicht hingehen lassen. Nee, nee. Und dann ist mein bester Freund damals zu mir auf den Trecker gestiegen um zehn Uhr abends mit der Korn oder Kognac, weiß ich auch nicht mehr genau, was das war. Da haben wir auch für Spritze vorgetrunken. Ich bin natürlich nicht mehr auf der Straße gefahren, das war hier die Hauskoppel, ganz vorbildlich. Logo. Und dann haben wir da... Die Wartgelände, kannst machen, was du willst. Genau. Da haben wir da ein bisschen vorgetrunken, haben wir bis ein Uhr nachts gespritzt und sind dann ins Töv, haben fünf Stunden durchgefeiert, ordentlich was getrunken und dann stand ich morgens um sechs wieder am nächsten Tag im Merkstein und habe den ganzen Tag auch durchgearbeitet. So, nun sagen Landwirte, jo, mache ich auch so. Normale Menschen, die keine Landwirte sind, die sagen, wow, ich würde sagen, wow, no way, würde ich nie schaffen. Landwirtschaft ist Leidenschaft. Landwirtschaft ist Leidenschaft. Aber trotzdem hat man dir schon früh attestiert, du bist ein Workhorse, also du arbeitest... Ein Arbeitspferd. Genau. Ein Arbeitstier. Genau. Warst du schon als kleiner Junge, hat sich auch so weiterentwickelt. Ja, das war schon immer, also wir kommen natürlich von der Landwirtschaft Familienbetrieb und früh hatten wir auch nicht immer, ich sag mal so, die Riesensummen an Geld, das wir uns zig Angestellten leisten konnten und man musste sich halt immer auch mit anpacken und alles drum und dran. Ich habe halt von der Kindheit auf immer gearbeitet und das auch immer so mitgenommen und es hat mir auch immer Spaß gemacht. Das ist ja so mit seinem Vater und so mit seinem Opa, gemeinsam was erschaffen, sowas aufbauen, so den Betrieb aufbauen, das hat eine gewisse Magie an sich. Die kann man gar nicht so recht beschreiben und das feuert einen immer mehr an, so diesen Gefühl und diesen Drang immer weiter was aufzubauen und das ist wie Blut in den Adern, was Feuer fängt. Kannst dich aufhören. Nach der Schule hast du deine Ausbildung begonnen, eine landwirtschaftliche Ausbildung. Drei Jahre lang, warum hast du diese gemacht, hast du ja schon da dein konkretes Ziel verfolgt. Ja, also ich hatte schon so in der 10. Klasse, wusste ich halt auch schon, du wirst irgendwas mit erneuerbaren Energien machen. Was hat dich da, kurz dazwischen, was hat dich daran fasziniert? Der schnelle Weg zur Kohle, zum Geld oder wirklich was zu verändern in der Welt? Einmal der Gedanke, aber auch natürlich so ein bisschen Geld. Ich bin froh, dass du das sagst, weil das ist ehrlich. Weil du kannst nur was auf dieser Welt verändern, wenn du Geld hast. Das funktioniert nicht. Wir haben grünen Gedanken und wir wollen hier mal was bewegen, wenn du was bewegen willst und wenn du so gesehen die Welt retten willst, so wie Elon Musk das immer sagt, dann brauchst du halt Geld dafür. Das ist die, nicht die traurige Wahrheit, aber das ist einfach die Wahrheit. Die Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Und dementsprechend war ich immer ambitioniert, erneuerbare Energien, wir müssen was für unsere Umwelt, fürs Klima tun. Es muss sich was ändern. Und dementsprechend fand ich die Branche einfach immer super spannend und wollte das unbedingt auch machen. Und hab dann überlegt, na gut, wie kommst du jetzt am schnellsten dahin? Der eine Weg ist, ich war nicht gut in der Schule, muss ich auch sagen, weil ich immer wusste, brauche ich nicht, will ich nicht, will lieber arbeiten, hier bei uns auf dem Hof. Und hab dann damals so für mich überlegt, naja, ich mache jetzt Abi, dann muss ich drei Jahre Abi machen, dann muss ich vier Jahre studieren, dann muss ich irgendwie noch eine Bachelor, also sieben Jahre. Ne, das sind mir zu lang. Ich mache eine Ausbildung als Landwirt, mein Vater hat eine Biogasanlage, die haben dann noch vielleicht Windflächen, da können wir noch einen Windpark bauen, war nur ein kleiner. Aber das war so die Erkenntnis, ne, ich mache eine landwirtschaftliche Ausbildung, ich kann mich bei Vater frei entfalten, der hat immer gesagt, hier, Gordon Muckmann. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache eine landwirtschaftliche Ausbildung, das war genau die richtige Entscheidung. Und da bin ich auch ziemlich dankbar, auch so meinem Vater und meinem Opa gegenüber, dass sie mich einfach auch immer so, Gordon Muckmann. Ne, ich habe zwar, wir haben uns auch ein paar Mal so richtig viel gefetzt, wenn ich denn zu viel wollte, habe ich mich immer durchgesetzt und war auch eigentlich immer so die richtige Entscheidung. Und heute sagt mein Vater dann auch immer, ja, mach mal, du weißt schon, was du tust. Ich glaube, der Erfolg gibt dir recht, so, die Entwicklung gibt dir recht. Kann man der Größenwahn attestieren? Ja, schon so ein bisschen. Ist schon so ein kleines Thema, aber ich sage mal, das fängt mit neun Jahren an, ne, dass du einen Solarpark bauen wolltest mit neun Jahren. Genau. Aber auch einfach, ich sage mal, die ganze technische Zusammensetzung, ich sage mal, in so einer Windkraftanlage, die ganze Planung, die ganze Planung von so einer PV-Freilandanlage, ich sage mal, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ich sage mal, so ein Umspannwerk oder es fängt ja in der Niederspannung an, geht irgendwann in die Mittelspannung an und das hat auch so ein bisschen was Gefährliches. Wenn du weißt, wenn du so ein Kabel anfährst oder in die Mittelspannung reinfährst, da kommt ein Funk und dann gehst du in Flammen auf, ist auch so, kann er einfach das kontrollieren und zu wissen, dass ich das bauen kann und dass ich das Handwerk da beherrsche, ist auch einfach so für mich so eine kleine Faszination von Energie und diese dann auch zu erzeugen, zu verteilen und zu nutzen. Auch wie kann ich, ich sage mal, die ganze Zukunft neu gestalten mit dieser neuen Form der elektrischen Energieerzeugung. Ich kann es für Wärme benutzen, ich kann es für mein Fahrzeug benutzen, ich kann es für mein gesamtes Haus benutzen und, und, und. Und das hat mich einfach so fasziniert, wo ich dann halt gesagt habe, ja. Das sagt der Gordon jetzt in 2024. Hat das auch schon der Gordon mit 20 Jahren gesagt? War das damals auch schon der GoTo? War das so, dass... Ja, das war auch schon so. Nicht in dem Umfang, weil ich mich natürlich auch nicht in dem Umfang mit beschäftigt habe. Aber ich habe halt gesehen, ich wusste die Energiewende, das war für mich auch, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt, also es hat mich irgendwie so ein bisschen persönlich angegriffen, dass die Energiewende nicht vorangeht. Ich höre überall, ja, Wind rechnet sich nicht, das was übrigens nicht gestimmt hat und Solar rechnet sich nicht und Biogas und das war einfach so, das kann doch nicht sein. Wir wollen die Klimaziele erreichen und dafür müssen wir jetzt halt einfach Gas geben. Und dann habe ich mir es angeguckt, damals, 2018 war das, so 2019 war das erste Projekt dann fertig, wo ich dann gesagt habe, ja, das rechnet sich und ich habe die erste eigene PV-Anlage hier bei uns auf dem Hof gebaut mit 750 kW und habe dann gesagt, na gut, das kann ich auch verkaufen. Und direkte Zwischenfrage, Gordon, mit 750 kW. Was heißt das? Wie groß ist das? Also muss ich jetzt mal kurz mal rechnen, jetzt erwischst du mich gerade, muss ich ehrlich sagen. Ja, ungefähr, ist das klein, ist das groß, was ist das? 750 kW. Passt das auf so ein Dach? Also wir sind hier gerade in der Halle, hier sind ungefähr 180 kW drauf. Also ist 750, eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, so Größenordnung, ich habe insgesamt das gesamte Projekt damals, nur die PV-Anlage, ich habe auch noch eine Halle dazu gebaut, das waren so 700.000 Euro, Gesamtinvestitionsvolumen, was wir damals investiert haben und man braucht so ungefähr 5.000 Quadratmeter, reine Dachfläche dafür, um die 750 kW zu installieren. Aber damals, heute sind die Module ein bisschen effizienter geworden, heute ist es ein bisschen weniger. Das sind ja schon mal Summen, mit denen du dich mit deinen 20 Jahren beschäftigen durftest. Wie war das umzusetzen? Du meintest vorab schon mal zu mir, du gehst oftmals auch naiv an Sachen heran, aber einfach mockmann. Einfach mal machen. Ja, machen. Und dann Fehler machen und davon lernen und dann machen wir es beim nächsten Mal besser. Und auch, das habe ich auch relativ früh gelernt, also ich hatte, wo ich angefangen habe, ich musste ja Vertrieb und Marketing und alles lernen, hat mir mein Coach damals gesagt, übernimm immer 100% Eigenverantwortung für alles, was schief geht. Egal, was es ist und selbst, wenn du nicht schuld warst, war es trotzdem deine Schuld, weil du hättest das ändern können. Und das hat mich, also Riesenhebel, sage ich dir ganz ehrlich. Also Fehler sind super wichtig zu machen und natürlich daraus zu lernen, sagst du. Genau. Und wenn du sie zweimal machst, dann ist es schon blöd. Und ein drittes Mal, dann ist eh vorbei. Ja, genau. Hast die landwirtschaftliche Lehre beendet, hast deine Vision gehabt, was zu machen in dem Bereich, hast dein erstes kleines, in Anführungszeichen, Projekt umgesetzt. Da warst du 21 Jahre jung, alt. Wie ging es dann weiter? 2018 war das, wie ging es dann in den nächsten Jahren weiter? Also 2018 habe ich das Projekt dann so umgesetzt, dann ging das los und Mitte 2019 war das fertig. Als Einzelunternehmer, als GmbH? Ich habe tatsächlich schon gleich eine GmbH gegründet, weil da muss man wieder ein bisschen zurückspulen. 2016, da ging das bei uns, habe ich vorhin erzählt, dass man hier vielleicht einen kleinen Windpark bauen könnte. Weil ihr die Flächen habt. Genau, weil wir die Flächen haben. Und das waren nicht viele, es waren zwei Anlagen, die gingen da damals rauf. Also ein ganz kleiner Windpark, aber war halt ein Start. Und da habe ich dann so das erste Mal mich auch mit Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und so weiter und so fort auseinandergesetzt. Und da wusste ich dann gleich, na gut, wenn ich hier das machen werde, mache ich gleich eine GmbH. Also bin ich gleich mit einer GmbH angefangen. Aus heutiger Sicht hätte ich es vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Mit denjenigen, die jetzt noch nicht so firm drin sind, du brauchst 25.000 Euro Eigenkapital für eine GmbH. Wo hattest du die Kohle? Ich habe immer viel gearbeitet und habe immer viel gespart. Also ich habe früher, keine Ahnung, habe ich so ein Nissan X-Trail für 2.000 Euro jahrelang gefahren und ich habe mein ganzes Geld immer wieder, ich sage mal, investiert und alles drum und dran. Und dann hat man halt irgendwann auch ein bisschen... Also viele geben ja ihre Kohle für Luxus oder für Reisen oder für Klamotten, Essen gehen, Nikotin, was auch immer, Schnaps aus. An Nikotin war ich früher auch mal schlimmer. Also gerade so während der Landwirtschaft, aber da habe ich auch mal gerne mal eine Schachtel am Tag drauf. Ja, deswegen wäre das immer unglaubwürdiger, dass deine Zähne echt sind. Aber du hast dein Geld schon von früh an für dich in deine Vision investiert. Richtig. Und dann hast du die GmbH gegründet damit. Genau, dann habe ich damit die GmbH gegründet und ja, aber ich war auch nie irgendwie im Urlaub. Ich habe das erste... Landwirtheit. Landwirtheit. Ich habe letztes Jahr das erste Mal eine Woche Urlaub gemacht und ich habe eigentlich die ganze Zeit auch nebenbei gehabt. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich kein Urlaub. Ja. Okay. GmbH wurde gegründet. Projekt wurde, das erste wurde umgesetzt, schon in dieser Größenordnung, was ja selbstverständlich ist. Genau. In Eigenregie du oder wie hast du das gemacht? Weil ich meine, das ist ein hochkomplexes Themenfeld. Also ich war ja immer schon ein bisschen plitsch und ein bisschen durch die Nase gebohrt. Bauernschlau. Bauernschlau, ne? Und habe dann hier bei den ganzen Mitbewerbern, so jetzt keine Werbung für die machen, aber die hier in der Region halt bekannt sind, angerufen, habe gesagt, ja, ich will... Haben die ein Kennzeichen zum Beispiel, das ihr auch nutzt? Ne, haben sie nicht. Haben sie nicht. Die kannte ich damals tatsächlich noch gar nicht. Ah ja, guck mal. Aber die kommen hier aus Wanderup und auch aus Spargebur. Ich glaube, da weiß jeder, wer das ist. Habt ihr angerufen und gefragt, ja, ich will hier eine PV-Anlage bauen und können ihr mir das mal erklären? Hey, ich bin 22, ich würde gerne einen Solarpark bauen. Nicht Solarpark, Solaranlage ist. Aber trotzdem ist ja auch schon mal ungewöhnlich. Ja genau, ein bisschen. Und dann kamen da halt drei Leute oder drei Verkäufer hier an und die haben mir das dann alles erklärt und wie man das machen kann. Und mit Mittelspannung kann ich mich durch die Windparkplanung auch schon so ein bisschen aus und habe mir das alles erklären lassen und was ich dafür brauche. Ich habe natürlich auch viel nachgefragt und habe mich dann im Internet weiterbelesen und dann natürlich THB, also Technische Anschlussbedingungen und so, von der SNET, also vom Netzbetreiber und habe dann auch gleich mal bei einem Großhändler dann angefragt, weil ich ja die GmbH hatte, was wird das denn, kostet mich die ganzen Komponenten einfach, habe ich sie alle rausgesucht, alle gegoogelt, alle rausgeschrieben, wie viel brauche ich, was wovon, habe das dann einfach mal angefragt. Und da war eine ganz schön große Differenz in der Summe, so von was ich da bezahle und was ich bei dem Installateur bezahle. Und da habe ich mir gesagt, na gut, dann kannst du das auch selber machen, brauche ich die anderen nicht. Und ja, dann habe ich das da alles bestellt, hatte dann ein, zwei Subunternehmer, die haben das dann für mich angeschlossen und eine Befreundin, ein Elektriker, der war damals auch, oder ist immer noch im Gemeinderat von Hörup, da waren wir damals gemeinsam im Gemeinderat und also auch Ehrenamt, habe ich auch mal fünf Jahre lang gemacht. Ja klar, was man so alles macht mit in dem Alter. Aber dann musste ich dann auch irgendwann mal so den Schlussstrich ziehen, weil ich wurde dem Amt auch nicht mehr gerecht und dann muss man auch so fair sein und sagen, hier Ende Feierabend. Und der hat mir auch viel geholfen, der hat auch meine ersten Anlagen und alles drum und dran angeschlossen und hat auch gut Geld verdient dadurch. Wozu? Also von daher passte das. Und so habe ich dann meine erste Anlage umgesetzt. Das hat knapp neun Monate gedauert, Bauzeit mit allem drum und dran. Erst Bauabschnitt 1, da habe ich die Halle gebaut und dann die zweite Anlage. Ja, und dann habe ich angefangen, das zu verkaufen. Also ich fasse mal zusammen. Du hast als One-Man-Band angefangen, als GmbH, aber als Einzel-GmbH, als alleiniger Geschäftsführer des Ganzen und hast dich in den letzten 20, 30 Jahren, nein, in den letzten paar Jahren zu einem Betrieb, zu einem Unternehmen entwickelt, das jetzt 100 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist natürlich ein kometenhafter Anstieg, den es so, denke ich, in dieser Region selten gegeben hat, schon gar nicht von einem Geschäftsführer, der jetzt erst 27 Jahre jung bzw. alt ist. Vorhin wolltest du es das letzte Mal sagen. Ich weiß, aber es ist einfach so beeindruckend, wenn man darüber spricht und das sich verinnerlicht, auch wenn ich auf mein Alter blicke und denke, was habe ich mit 20 oder 22 oder 27 gemacht, das ist einfach ungewöhnlich und ich muss es wahrscheinlich noch ein, zwei mehr im Laufe des Gesprächs betonen. Aber was ist in dieser Zeit passiert, dass du jetzt 100 Leute ernährst, wenn wir das mal so bezeichnen wollen? Ja, genau. Also unwahrscheinliche Kurve, unwahrscheinliche, das kenne ich ja in dem Podcast auch gar nicht. Nein, haben wir schon festgestellt, aber mal so ein paar Meilensteine vielleicht. Erzähl mal. Aber so ein Meilenstein war gerade so Führung, also wenn ich so drei Meilensteine aufzählen müsste, erstmal die ersten Mitarbeiter einstellen, Führung lernen und Verkauf lernen und alles drum und dran, erstmal die ganzen Skills erlernen, die man überhaupt braucht, um Business so gesehen aufzubauen. Denn wie gehe ich mit Strukturen, Prozessen, Projektmanagement um? Das war so Step Nummer zwei, habe ich auch. Ich will mal nicht sagen, viel Geld versenkt, aber da ist auch schon ein Bischmaß in die Hose gegangen. Aber das war so der Step Nummer drei und Step Nummer zwei. Und Step Nummer drei, wie ist es, wenn es auch mal bergabwärts geht und nicht immer nur bergaufwärts, wie gehe ich damit um? Wie drehe mich die Mitarbeiterkultur da drauf? Wie, ich sag mal, gehe ich mit Rückschlägen oder ich sag mal auch mal, wenn ein paar Zahlen zurücklaufen und so weiter um? Weil es gerade eine Branche ist oder grundsätzlich, die Wirtschaft natürlich in den letzten Jahren hat Höhen und Tiefen erlebt. Genau, und wir haben das natürlich auch gemerkt und ich sag mal, gerade wo wir angefangen haben, war immer alles super. Da gab es nur eine Richtung. Corona ging nach oben. Dann gab es den Krieg, dann ging es 90 Grad nach oben, eigentlich schon fast so. Und dann kamen Zinserhöhungen, Immobilien wurden nicht mehr gebaut und so weiter und so fort. Und dann ging das auch mal ein bisschen runter. Und da musste man halt auch, ich sag mal, das war auch ein gutes Learning. Sicherlich ein wichtiges, nachhaltiges Learning, das du schon erfahren hast. Genau. Du hast jetzt einfach mal so daher gesagt, dann kam Corona, dann lief es richtig gut. Dann begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Dann ging es so richtig durch die Decke. Das musst du bitte einmal erklären, warum beide Ereignisse, die die Menschheit ja auch sehr verändert haben und auch Angst in Menschen hervorgerufen haben. Absolut, auf Corona, warum war das so, warum habt ihr in Corona so wachsen können? Warum wart ihr so erfolgreich in dieser Zeit? Also in Corona war es einfach so, die Menschen, die durften nicht raus, die durften nicht essen gehen, die durften nicht Party machen und die durften auch nicht in Urlaub fliegen. Das sind die Sachen, wofür man Kohle ausgibt und das ging nicht mehr. Das sind die Sachen, da gibt man gerne Geld dafür aus. Und da hatten die Leute einfach auch viel zu viel Geld bei sich zu Hause auf dem Sparkonto. Und Zeit. Und Zeit. Und die haben sich mit ihrem Haus beschäftigt oder auch viele Unternehmer, die haben sich mit ihrer Immobilie beschäftigt oder das, was sie haben. Und da haben sie gerne einen Wintergarten gekauft, die haben gerne eine PV-Anlage gekauft und einfach was für sich selber zu Hause machen, damit sie es zu Hause selber schön haben. Und dann ging der Unabhängigkeitsgedanke halt auch schon los und E-Auto kommt halt auch irgendwann mal. Wärmepumpe hatten da noch nicht so viele im Kopf, aber es kam schon auch so ein bisschen auf. Und da haben sie einfach gesagt, gut, dann wollen wir gerne in eine PV-Anlage investieren. Und ich sag mal, das war einfach auch so der Grund, warum das gerade während der Corona-Phase so hoch ging. Und gerade dann, wo der Krieg dann angefangen hat in der Ukraine, da haben die Leute Angst gekriegt. Kein Gast. Und dort energieunabhängig sein. Energiepreise sind absolut in die Höhe geschossen. Auf der einen Seite gut, aber für den Endverbraucher nicht gut. Und der Endverbraucher hat sich dann natürlich Gedanken damit gemacht, auf einmal ist die Stromrechnung dreimal so hoch, die Gasrechnung dreimal so hoch. Wie kann ich dem entgegenwirken? Ich will unabhängig. Kann ich autark sein. Autark sein. Ich will unabhängig werden. Und da haben die halt dementsprechend auch einfach gesagt, na gut, wir bauen unsere eigene PV-Anlage rauf. Damit können wir unser E-Auto laden, was wir vielleicht dann von der Firma kriegen oder oder oder. Und irgendwann eine Wärmepunkte, nämlich komplett unabhängig. Ich habe keine Kosten mehr von außen. Vielleicht noch ein bisschen. Aber ich sage mal, wenn man das Ganze richtig dimensioniert und richtig gestaltet, dann hast du fast keine Kosten mehr. Hast du vielleicht noch 10% Energiekosten, was du zukaufst und den Rest produzierst du selber. Und das ist halt gerade dieser Gedanke, den die Leute da halt wirklich auch angetrieben haben. Heute immer noch. Aber da noch mehr, gerade durch diese Angst, ich sage mal des Krieges. Und das war das bestimmte Thema auch in den Medien und Ängste wurden teilweise auch geschürt. Aber Profiteure gibt es immer. Und diese Branche hat davon profitiert. Du frage ich mich, warum habt ihr als Görres ein Projekt davon profitiert? Es gibt doch genug etablierte Player auf dem Markt und nicht ein Start-up von einem Anfang 20-jährigen Geschäftsführer. Wir hatten immer nur einen Fokus und das war Photovoltaik oder Energieerzeugung und Energieverteilung. Dementsprechend haben wir dann halt auch einfach komplett unseren Fokus da drauf gelegt und viele andere Unternehmen, aber auch viele andere etablierte Unternehmen haben halt auch gesagt, die haben das Ganze halt auch schon einmal mitgemacht. Damals 2008 bis 2012 ungefähr. Da war ja so ein richtiger Solarboom und dann ging das so runter. Und da haben viele halt auch einen Knacks von weggekriegt. Also so ein Knacksgedanken im Kopf, der vielleicht so ein bisschen eine Hemmung war, wo die gesagt haben, hier kommen wir jetzt auch richtig voran und wachsen und so weiter und so fort. Und ich war da, ich konnte den Knacks ja nicht. Ich war ja noch völlig unbeleckt und alles. Total. Und da habe ich einfach gesagt, hier, wir geben nur Gas, nur mit PV und das haben wir nur gepusht. Das war unser einziges Ziel. Wie habt ihr den Leute erreicht? Instagram und Meta. Und das Geile war ja, ich war ja so ein bisschen junge Generation, das war vielleicht auch mein Vorteil. Ich kannte ja Facebook und Instagram, hat immer mal was so von Ads gehört und diese ganzen Neu, wie nennt man das, Neureichen, die mit so Online-Brands ihr Geld verdienen, habe ich gesagt, das kannst du bestimmt auch für Solar nutzen und habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann Werbeanzeigen geschaltet mit allem Drum und Dran und das hat halt bisher keiner gemacht. Und dadurch konnten wir so viele Neuanfragen generieren, dadurch wurden wir immer bekannter und dementsprechend konnten wir halt auch so stark wachsen, das hat keiner gemacht. Das hat sich in 2023 geändert, weil wenn irgendwo, ich sage mal, was bei über ist, wenn man in der Branche ist, dann kriegen das auch mehr Leute mit und dann springen auch mehr auf den Zug auf. Und so 2023, das war dann wirklich, da ging das wieder runter. Wir hatten natürlich noch eine volle Pipeline aus dem Jahr davor, aber da musste man sich dann auch mit Paid Ads ganz anders auseinandersetzen. Meta verändert sich auch, da sind so viele Veränderungen. Ich sage mal, das ganze Geschäft des Heutzutages ist auch so schnelllebig. Also Meta ist die Muttergesellschaft von unter anderem Facebook und Instagram und ihr habt durch zielgerichtete Marketingmaßnahmen, Targeting, die Menschen direkt kontaktieren können in Form von, Mensch, ihr sucht jetzt Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer und habt zielgerichtete Werbung direkt auf deren Feed, auf deren Startseite gespielt, dass sie nur noch draufklicken mussten und ihr hattet einen Kontakt und konntet diese Menschen kontaktieren. Ganz genau. Wo hast du das Wissen hier? Ich meine, das klingt eigentlich relativ simpel. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Ad-Schaltung ist ein Graus. Ist furchtbar. Hammer. Meta ist einfach so unübersichtlich, gerade dieser Ad-Bereich. Wo hast du das Wissen hier? Und auch so viel Geld verbrennt. Ja. Also da kannst du mal unsere Marketingabteilung fragen. Also ich will das gar nicht hier so sagen, aber da ist ein Monat auch mal ein sechsstelliger Betrag mal so reingeflossen. Also jetzt in der letzten Zeit, ich sag mal gerade, wo Paid-Ads richtig hochgegangen sind, auch der Preis für Paid-Ads. Das ist bei gerade Agenturinhabern oder viele E-Commerce-Brands oder so. Kannten das Problem. Ich kenne auch manche, die sind da dann. Zuhörer und Zuschauer können jetzt einfach mal parallel googeln, wie viel Facebook, Facebook, wie viel Meta letztendlich einnimmt durch Werbeanzeigen. Das ist ein unfassbarer Betrag. Aber offensichtlich ist das eine gut investierte, wenn es richtig gemacht wird, eine gut investierte Entscheidung da reinzugehen. Für euch auf jeden Fall ja. Also für uns war es super. Aber jetzt gerade in 2023, wo so viele neue Mitbewerber kamen und das mit mal jeder gemacht hat und Werbeanzeigen schalten, anmachen und die werden ausgespielt, können viele machen. Aber es richtig machen. Aber es richtig zu machen. Hast du da Leute für rangeholt? Habt ihr das outgesourcet? Wie läuft das? Also einmal muss ich sagen, da muss ich einen großen, großes Dank an mein Marketing-Team einmal bringen. Das sind die geilsten. Also hier, Gs sind das. Und dann haben wir zusätzlich noch zwei externe Agenturen, die für uns einfach auch das Advertising mit übernehmen. Ich sage mal, unseren Traffic machen, das Performance-Marketing. Und das ist, ich sage mal, so eine Symbiose. Wir arbeiten denen zu, die arbeiten uns zu. Und gemeinsam haben einfach was super, was raus, was einfach super ist. Und die haben natürlich auch einen deutlich größeren Marktblick. Die haben noch mehr Kunden. Und nicht nur wir in unserer kleinen Babi, die kriegen einfach viel mehr mit. Und dementsprechend haben wir dann halt gesagt, wir sourcen einen gewissen Teil aus. Aber zum Beispiel das ganze Social-Media-Marketing, das zieht ja auch mit auf die Ads ran. Jetzt will ich nicht zu viel sagen, weil sonst kopieren das manche. Haben schon manche gemacht. Ich meine, so läuft das. So hast du angefangen. Ja, ist so. Ich meine, so läuft es. Man kopiert und macht das im Idealfall noch besser. Ganz genau. Und dann muss man wieder was Neues finden, was die anderen noch nicht machen, damit man auch wieder hervorsteht. Ja, was macht ihr denn? Ich meine, das machen jetzt ganz viele andere auch. Was macht ihr, um wieder was Neues zu machen? Also nach 2022 haben wir einfach gesagt, wenn wir langfristig bestehen wollen, dann müssen wir uns als Unternehmen, also gerade wenn wir auf Görres'em Projekt gucken, auch einfach weiterentwickeln. Wir können nicht mehr nur die einfache PV-Anlage verkaufen mit einem Batteriespeicher und vielleicht einer Wallbox. Das kann jeder. Und fast die halbe Welt hat sich ja gefühlt damit selbstständig gemacht. Ich kenne allein in meinem Umfeld drei, vier Leute, die sich damit selbstständig gemacht haben. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir müssen uns weiterentwickeln. Also haben wir uns angeguckt, was sind überhaupt die gesamten Themen, wenn es um erneuerbare Energien geht. Es gibt einmal die Energieerzeugung. Dann gibt es die Erzeugung von Wärmeenergie, also Wärmepumpe, also Heizung und Ladeinfrastruktur, Hypercharger und auch Wallbox und alles drum und dran. Und dann haben wir gesagt, wollen wir einfach komplett das gesamte 365 Grad, wir wollen der 365 Grad Anbieter werden, wenn es um erneuerbare Energien geht. So, das gibt es auch schon, auch hier in der Region. Das ist kein USP. Aber nicht in der Größenordnung. Okay. Und was wir halt dazu machen, wir verbinden halt Hardware ebenfalls mit Software. Dass wir wirklich sagen können, bei uns kriegt man nicht nur die Wärmepumpe, die stumpf läuft. Bei uns kriegt man auch nicht nur die PV-Anlage, die stumpf läuft und produziert. Und es spricht alles miteinander. Wir haben ein Management-System, es gibt alles auf dem Markt, aber das alles miteinander zu verbinden und miteinander zu verknüpfen und das in eine Software zu bringen. Das können heutzutage die wenigsten und das auch in der hohen Stückzahl, wie wir das jetzt wirklich machen. Und wir verbinden so gesehen die PV-Anlage, die Wallbox, die Wärmepumpe, alles in ein Management-System, damit es auch miteinander spricht. Und zusätzlich gibt es bei uns halt auch noch ein Thema und das ist ein dynamischer Stromtarif. Heißt, wenn wir über die nächste Generation von Solar und Energie denken, es gibt ja auch einen Strompreis an der Börse. Dass gerade im Winter, wenn die Wärmepumpe viel Energie benötigt, aber die PV-Anlage nicht viel liefert, dass wir einfach sagen, wir können unseren Wechselrichter und Speicher darf zu nutzen über einen dynamischen Stromtarif, wenn der Strompreis niedrig ist, dass der Wechselrichter den Speicher volllädt aus dem Netz für super günstigen Strom. Den kriegt man teilweise, ich sage mal, wenn im Winter der Wind mal ordentlich weht, dann gibt es auch mal negative Strompreise und dementsprechend kann man dann sehr günstig den Strom in seinen Akkuladen und den für seine Wärmepumpe benutzen. Ich kann es jetzt nicht verifizieren, ob ihr da der Einzige hier in der Region seid, die sowas anbieten. Also hier in der Region, ja, aber es gibt auch ein paar große Player auf dem Markt, die sind natürlich auch, können das auch. Aber da muss man sich dann halt auch immer fragen, wie ist die Qualität? Ich sage da jetzt nicht zu viel von, aber das kann jeder sich im Internet belesen, wie er möchte. Du hast als Einmannbetrieb zwar in der Familie, auf dem Hof, in dritter Generation gestartet, jetzt sind 100 Leute hier. Wie schaffst du es, dass es trotzdem weiterhin ein familiäres Verhältnis hier ist? Ich bin hier heute hergekommen und ich habe flache Hierarchien wahrgenommen. Ich habe ein lockeres Du miteinander wahrgenommen. Hier mal, da mal. Vater läuft draußen mit rum. Es hat den Anschein, dass ihr das wahren könnt. Diese Bodenständigkeit, dieses familiäre. Wie versuchst du, wie schaffst du das? Also es sind noch viel die Leute um uns herum. Also wer kommt mit in unser Team rein? Da sind wir auch echt hart, was sowas angeht. Und wie wir unser Team auswählen. Also unser Team, das ist das A und O. Und was wir uns wirklich an die Fahne geschrieben haben, wir wollen wirklich nur die Besten der Besten, also Killer, so gesehen haben bei uns im Team. Und ich sage mal, auch die, die das verkörpern, was wir hier machen und wie wir das umsetzen. Und wenn, ich sage mal, unsere Mitarbeiter, das ist ganz wichtig, dass sie für die Sache brennen, die wir hier machen. Und dann kommen die automatisch irgendwie so ein bisschen in dieses familiäre Umfeld rein. Und auch wenn wir 200 Leute sind, irgendwann wird das vielleicht ein bisschen verloren gehen. Aber ich sage mal, jetzt gerade in dem Moment so zum Beispiel unsere Marketingabteilung oder unsere Vertriebsabteilung oder so, die gehören irgendwie einfach so dazu. Oder unten die Projektierung. Ich weiß, meine Oma kommt hier ab und zu immer mal rein und bringt den, was hat die letztens noch vorbeigebracht, ich glaube irgendwie so ein paar Kekse oder so. Und dann sagen die nicht Frauke zu ihr und sagen sie, ach Oma ist wieder da. Und ich kann dann, das sind so gewisse kleine Sachen, die machen es dann halt einfach aus. Aber irgendwann wird es halt vielleicht schon verloren gehen, was ich traurig finde. Aber ich sage mal, bei dem, was sie vorhaben, müssen wir halt mal Opfer bringen. Und erreichst du denn auch noch genug von diesen Menschen mit dieser Charaktereigenschaft? Oder ist Deutschland da möglicherweise der falsche Standort? Also, weißt du was? Deutschland ist schon der richtige, aber ich sage mal, Gleichgesinntes zieht ja oftmals Gleichgesinntes an. Das ist richtig. Und ich wundere mich auch immer mal wieder über, was für Ecken ich manche Leute kennenlerne. Also ich habe letztens wieder einen neuen Geschäftspartner kennengelernt. Der ist ich original in 2.0, nur noch ein bisschen extrovertierter und den muss ich dann immer mal wieder so ein bisschen bremsen und alles zurückholen. Aber ich sage mal, Gleichgesinntes zieht irgendwie Gleichgesinntes an und irgendwie ist das hier wie so eine Anlaufstelle für absolute Macher. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist so. Du scheinst diese Menschen noch zu erreichen. Aber die gesellschaftliche Entwicklung zeigt ja dann doch eher eine andere Kurve. Fleiß ist gar nicht mehr so wichtig. Geld ist gar nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger ist Life-Work-Balance. Nicht andersherum. Nimmst du aber nicht so wahr? Nee, also schon. Natürlich, ich sage mal, vielen ist das einfach auch wichtig. Mehr Freizeit und das. Aber wo geht das dann hin? Jeder will mehr Geld haben, weil alles teurer wird. Die Inflation geht immer weiter und weiter hoch. Wir hatten letztes Jahr 7 Prozent. Und ich sage mal, jetzt pendeln wir uns immer irgendwo wieder bei drei ein. Jeder will mehr Geld verdienen. Jeder will weniger arbeiten. Ich glaube, da können wir eine lange Diskussion drüber führen, aber das geht nicht gut. Wie bleibst du, Gordon, bodenständig? Ich habe dein Alter mehrfach erwähnt. Du hast so viele Menschen hier im Betrieb. Du hast viel, viel Kohle schon verdient. Wie bleibst du auf dem Boden, wenn du das von dir überhaupt behauptest? Tust du ja. Ich weiß nicht, wie das andere wahrnehmen, aber... Also ich selber, man hat dann natürlich auch schon so einen kleinen Steilflug. Das meine ich. Gerade in den jungen Jahren hast du die ersten Beträge auf dem Konto und kannst bezahlen, ausgeben, was du willst. Ja. Schlägt dann auch ab und zu ein bisschen durch, muss man sagen. Habe ich auch gemacht. Aber dann gibt es die guten alten Menschen. Also man merkt das ja selber gar nicht so. Man ist immer noch der Alte, arbeitet viel und so weiter und so fort. Aber dann gibt es halt vielleicht mal ein bisschen größeres Auto oder so. Und dann kommen manche und sagen, du, Gordon, irgendwie unser Image nach außen, müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Ich so, echt? Ja, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Und dann so kurz mal selbst reflektieren. Ja, du hast schon recht. Aber auch so, manche holen mich dann wieder zurück auf den Boden oder so. Aber das ist gar nicht so gewollt. Das ist dann einfach passiert. Du bist 27 Jahre. Zum Abschluss jetzt das Alter. Was kann noch kommen? Was kann noch bei dir kommen? Also ich meine, du könntest doch jetzt aufhören. Was kann noch kommen? Was motiviert dich weiterzumachen? Also für mich ist einfach dieser Drang, Energie zu erzeugen, founded to power the world, ist unser Leitspruch. Den leben wir hier tagtäglich. Und wir wollen einfach noch so lange daran arbeiten und darüber hinaus. Weil ich sage mal, wenn wir das Ziel erreicht haben, die Anlagen müssen auch wieder erneuert werden und so weiter und so fort. Das ist ja ein riesen Berg an Arbeit, der noch dazu kommt. Und die Population steigt ja bekanntlich und wir brauchen immer mehr Energie. Irgendwann können wir ein ewiges Ratsch spinnen. Aber ich sage mal, wenn wir, ich sage mal, 100% Erneuerbare bei uns haben, dann reden wir irgendwann nochmal über Flugzeuge. Ich sage mal, wie wir die Erneuerbare gestalten und so weiter. Aber es gibt niemals ein Ende. Geht ja mal weiter. Wo siehst du dich mit 40? In der Politik? Nein. Niemals. Noch hier im Norden? Also wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Wir fahren jetzt zum Headquarter nach Hörup. Weil wir haben halt auch schon so einen kleinen Standort in Kaltenkirchen. Also Hamburg, gerade so für unsere Hamburger Kunden und bauen uns jetzt immer weiter in Süden auf. Jetzt kommt Bremen dazu, jetzt kommt Rostock dazu. Können wir vielleicht irgendwann anders nochmal drüber sprechen. Aber hier im Headquarter von Hörup muss man da gucken, was man hier noch mit den Büros hinkriegt. Vielleicht muss es dann irgendwann mal woanders hingehen. Hier ist Glasfaser. In Hörup musst du leben. In Hörup musst du leben. Aber haben teilweise manche in Hamburg nicht mal Glasfaser. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist heftig. Ja. Okay, also du siehst dich weiterhin hier. Komme volle, weiß man nicht. Die Welt ist sehr schnelllebig. Das ist richtig. Also mich zieht es dahin, wo mich es hinzieht. Ich bin da völlig offen. Abschließend. Womit verdient ihr Geld? Womit verdient ihr Geld? Was ist eure Cash Cow? Mit Erzeugung erneuerbarer Energien. Also wir hatten viele Jahre lang, war die Görissen-Projekt immer unsere Cash Cow. Was läuft über die Görissen-Projekt? PV. PV. PV, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur. Ab diesem Jahr auch Wärmepompen und Wärmeverteilsysteme und Ladeinfrastruktur. Und ab diesem Jahr tatsächlich auch, werden wir jahrelang auch große PV-Freiland-Flächen entwickelt. Das sind diese Solarparks. Solarparks. Das dauert auch lange, bis man die fertig hat und bis man die baurechtlich durchbekommen hat. Den B-Plan. Ich sag mal, wahnsinnig lange Lieferzeiten auf Komponenten. Und da bauen wir auch gerade die ersten Parks. Drei Stück gerade aktuell, alle parallel. Und dementsprechend haben wir so zwei gute Cash Cows. Einmal die Görissen-Projekt und einmal die Horizon-Gruppe. Über Horizon können wir gegebenenfalls in einer anderen Situation nochmal intensiver sprechen. Grundsätzlich gibt es noch so viele Themen, die wir hier nur angerissen haben, die ihr bespielt. Wir haben auch noch gar nicht über die große Politik eigentlich gesprochen, die Entwicklungen in der Politik, in der Gesellschaft, auch in diesen ganzen Themen. Die sind ja auch nicht, nicht jedermann ist so überzeugt von dieser energetischen Entwicklung wie du. Da gibt es ja auch genug Zweifel. Aber welche Wahl haben wir denn? Das sag ich immer wieder. Welche Wahl haben wir denn? Ich sag mal, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher? Denn erwärmt sich unsere Erde immer weiter. Aber viele Leute denken gar nicht so weit drüber nach. Guck dir mal die Venus an. Auf der Venus sind 400 Grad, aber auf der Oberfläche. Irgendwann hast du nämlich so ein Schneeballsystem oder ich nenne es jetzt mal Schneeballsystem. So eine Lawine, die sich da. Die sich aufbaucht. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo so viel CO2 bei uns in der Atmosphäre ist, dass sich die Erde immer automatisch weiter aufheizt. Und wenn wir so weitermachen, haben wir irgendwann hier auf unserem schönen blauen Planeten, der auch grün ist, blau-grün Planeten, eine Venus. Und dann gibt es hier kein Wasser, der ist nicht mehr bewohnbar und dann sind wir wieder das, was Elon Musk gerade macht mit seinem Starship und wo er gerade hin will. Dann brauchen wir das, aber wir müssen das Problem lösen. Ansonsten sind wir als Menschheit, das klingt so noch in den Sternen, aber am Arsch. Ich glaube, wichtig ist, diese Botschaft nicht so von oben herab den Menschen beizubringen, sondern eben Beispiele zu nennen und so weiter. Und da möchtest du einen Beitrag zu leisten. Ganz genau. Und ich hoffe, wir können nochmals intensiver darüber sprechen, auch um diese Message zu spreaden, also diese Botschaft zu übermitteln und zu verbreiten, dass man jetzt was tun sollte, muss, vielleicht sogar. Aber auch nicht mit der Brechstange und auch nicht von heute auf morgen, weil das klappt nicht. Veränderung ist immer schwierig. Und das muss auch in den Köpfen der Menschen erstmal ankommen. Und das macht die Politik hier geradeaus so ein bisschen. Wie kriegt man das am besten in die Köpfe der Menschen? Über den Gatebordel. Wenn manche Sachen teurer werden, so wie Gas, Öl und so weiter und so fort, CO2-Steuer und in die Richtung erneuerbare Energien kommen müssen. Und ich sag mal, so macht die Politik das ja im Moment. Und dementsprechend. Bist du zufrieden mit der derzeitigen politischen Situation, mit der Ampel, wie sie heißt, mit der Ampelregierung? Sagst du Yay oder? Ich glaube, das vertagen wir auf noch einem Podcast. Machen wir gleich immer die Kamera aus und sprengen nochmal. Darüber ist, glaube ich, besser. Politische sich zu äußern ist immer schwierig. Meine letzte Frage, Gordon, im Podcast ist immer dieselbe. Und zwar, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das haben wir jetzt geschafft. Prost nochmal in dem Sinne. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Ich habe zwei Vermutungen. Soll ich die äußern? Mach. Die erste ist Elon Musk, weil ich sehe hier ja einen kleinen Elon Musk vor mir. Und die zweite ist Owe Petersen. Denn da sind echt viele Parallelen bei euch beiden. Tatsächlich, ja. Wir haben uns noch nie kennengelernt. Ihr habt euch noch nie kennengelernt? Nee. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, ihr wisst beide, wer ihr seid. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen, aber ihr habt noch nie. Okay. Wir haben noch nie gesprochen, aber ich glaube, ich würde Elon Musk bevorzugen. Aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen daran arbeiten, bevor er mit mir sprechen will. Das kann sein, aber Sky is the Limit. Und bei Elon ist nicht nur der Sky the Limit. Und da geht es noch weiter hinaus. Da habt ihr eine Parallele. Wahrscheinlich. Ganz genau. Ihr seid beide durchgeknallt. Positiv. Ja. Wobei er ist nicht nur positiv durchgeknallt. Ja, es gibt auch noch ein paar andere Seiten, aber... Ja. Bei dir ja vielleicht auch. Ja, es hat seine Seiten dafür, aber auch seine Seiten, die dagegen sprechen. Also es gibt einmal die helle Seite. Hast du heute kennengelernt, aber es gibt auch die dunkle Seite in mir. So, wer hat sie nicht? Ecken und Kanten. Ganz genau, wie der Tisch. Wie der Tisch. Ein schönes Schlusswort. Ich wollte gerne dieses Gespräch nutzen, um dich als Person einmal kennenzulernen und auch den Menschen hier, die hier leben und zuhören und zuschauen, zu zeigen, wer ist eigentlich dieser Gordon Görissen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein Bild bekommen, wer du sein kannst. Und wer ich gerne sein würde. Und wer du sein würdest. Und mal schauen, was wir noch von dir erfahren werden. Vielleicht auch in anderen Formaten. Lieber Gordon, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich sag auch. Vielen Dank, Tore. Hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time hier in Hörup mit Gordon Görissen. Vielen Dank. Tschüss.